Exzellent beschossen werden konnte von Seiten der Allianz, also werde ich mich jetzt mal davor hüten, dort hinter zu gehen und versuchen, die von hier oben aus in die Zange zu nehmen. Allerdings, Vorsicht, es kann auch nach hinten losgehen. Gut. Alter, dass der kleine Wurm sich genau wie direkt vor den Mottag stellt, ist so eine ziemlich dämliche Sache von dem, aber cool. Okay, dort unten lauern jetzt noch ein paar Allianzler, ich vermute mal, dass das ein Elite in Begleitung mehrerer Glanz ist, genau wie ich es gesagt hatte, ist aber glücklicherweise ein blauer, die sind ziemlich leicht zu erledigen. Oh, noch ein roter. Glanz Willen! Die sollen ruhig kommen, die sollen ruhig kommen, das Geschütz wird denen schon Möse versilbern. Ja, jetzt wo die Elite nicht mehr da ist, seid ihr nicht mehr so nötig, geht. Ich hab doch gesagt, das Geschütz dort oben zu stationieren wäre eine gute Idee. Auf mich hört ja keiner. Oh man, da ist ja noch einer, jetzt muss ich mich aber wirklich sputen. Der soll mir ruhig hinterher kommen, das ist genau das, was ich von dem beabsichtige. Ich gehe in Deckung, das Geschütz eröffnet das Feuer und ich erledige den Rest. Steck das ein! Und viel bleiben! Oh man! Hey! Okay! Hier! Sauber! Immer dran denken, von wo aus man an den Gegner raniert, ist der entscheidende Unterschied nicht wie. Obwohl sich beides ja nur geringfühlig voneinander unterscheidet. Aber, die Taktik hat zum Erfolg geführt. Wunderbar, kann gar nicht besser laufen. Gut, wie sieht's mit unserem Scharfschützen aus? Das ist gut, der hat überlebt. Ich hatte eigentlich immer in Erinnerung, dass das viel mehr werden. Aber das scheint wohl von Spiel zu Spiel zu variieren, wie viele Überlebende sich an einem bestimmten Punkt befinden. Gut, hier irgendwo müssen noch ein paar Allianzler am Leben sein. Denn wenn das nicht so wäre, dann würde Vohemmer spätestens jetzt einen Funkspruch absetzen, indem sie ihr Kommen anbietet. Was jetzt keine sexuelle Anspielung auf einen Orgasmus sein soll, sondern lediglich bedeutet, dass sie anbieten würde, die Überlebenden auszufliegen. Mal gucken, wie es unserem Turret-Mann so geht. Hm, Schlacht hat der ziemlich gut überstanden, muss man ihm lassen. Gut, den da hole ich ab. Dann machen wir uns auf die Suche nach den letzten Überlebenden. Los, mein kleiner Scharfschütze, steig ein. Tritt drauf! So genau, der Mini-Wardhunk. Genau da hinten bin ich durchgefahren. Auch wenn die... Wir sollten sicherstellen, dass dieses Gebiet frei von Nachzüglern der Allianz ist. Wie man genau gehört hat, hat die Cortana schon gesagt. Da hinten ist er. Gut, meine Freunde, halte drauf. Mist! Sehr schnell. Und dort ist noch eine Ein-Elite. Guter Schuss! Abknallen macht mehr Spaß! Das finde ich auch. Steh auf! Aber... Echo 419er, Cortana, bitte kommen! Spart Munition, Freunde. Wir hören Sie, Echo 419. Wir haben Überlebende, die sofort ausgeflogen werden müssen. Roger, Cortana, bin unterwegs. Gut, maximale Munition. Ich habe noch weitere Rettungskapseln in Ihrem Gebiet entdeckt. Eine am Rand der Klippe. Und ein anderes in der Nähe der Flussmündung. Schwer von hier oben was zu erkennen, aber ich glaube, da sind noch mehr Überlebende. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Gut, für uns ist hier in diesem Gebiet erstmal Schluss. Wir fahren weiter zum nächsten. Höchstwahrscheinlich werden wir jetzt sogar noch in direkten Kontakt mit ein paar Banschis oder weiteren Allianz-Truppen kommen, so wie das im Regelfall üblich ist. Ja, und dort sind sie schon. Und ich hoffe, dass meine Jungs den Bansy so schnell die Hölle heiß machen, dass die gar nicht wissen, wo sie hingucken sollen. Und der eine Bansy, der raucht schon. Und wurde terminiert. Wunderbar, Jungs. So gehört sich das. Und der zweite auch gleiche. Herrschaftszeichen, die können die Mordschweiß nicht gut erzielen, aber scheiße fahren. Obwohl in Halo 2 können die, in Halo 1 können die ja sowieso kaum fahren. Jedenfalls nicht, wenn der Chief mit drin sitzt. Ich dachte früher immer, dass hier hinten irgendwas wäre, aber hier hinten befindet sich außer einer schönen Panorama-Aussicht auch nichts. Ein wunderschöner Blick auf den Planeten. Wobei man bis heute nicht weiß, was das für ein Planet ist, aber das interessiert uns jetzt auch nicht weiter. Ja, wir wollen schließlich die restlichen Überlebenden retten. Gut, und ich fahre gerade wie eine gesenkte Sau. Und deshalb geht's jetzt weiter zum nächsten Boot. Ah. Optimal. Noch mehr von denen! Unterschuss, mein Kumpel. Dort ist es! Gebt mir Feuerschutz! Früher bin ich immer mit dem Warthog der erstmal durchgewascht, aber ich bin der... Auffassung, dass es so wahrscheinlich besser wäre. Und los! Guter Schuss! Dass es so wahrscheinlich besser wäre, das Geschütz hier oben zu stationieren, weil der Hauptteil der Allianz nämlich hier oben durchkommt. Ich hab ihn zuerst gesehen! Guter Schuss! Gut, jetzt kommt erstmal ein Landungssch...